Ach, und die Fotos meiner Reise habe ich dir immer noch nicht gezeigt, oder? Meinst du die Reise in die Schweiz letztes Jahr? Ja, wie die Zeit vergeht. Also, wir fuhren zuerst mit der Bahn nach Interlaken und dann ging es weiter mit der Zahnradbahn nach Wengen. Schau mal, und auf die kleine Scheidegg. Da stiegen wir aus und wanderten ein wenig den Berg hoch, damit wir die Jungfrau besser sehen konnten. Wir sahen sie nur zwischen den Wolken hindurch, aber wir fanden viele Bergblumen. Sehr schöne Blumen. Schau mal, ist der nicht süss? Den Hund meine ich. Der stand perfekt da für ein Foto. Also, auf dem Rückweg fuhren wir an drei Seen vorbei und kamen dann in Luzern an. Ja, das war der erste Tag und unsere Reise dauerte noch weitere fünf Tage. Und dann besuchten wir meine Tante in Berlin. Aber, das weisst du ja. Ja. Willst du noch mehr sehen? Ja, natürlich. Also, am zweiten Tag machen wir etwas ganz Besonderes. Wir nahmen zuerst das Schiff nach Brienz und stiegen dann in die Bergbahn um, auf das Rothorn. Das war einfach klasse. Schau mal, die Aussicht, die wir hatten. Sehr schön. Dann mussten wir weiter und fuhren zuerst wieder zurück nach Luzern. Dann mussten wir weiter und fuhren zuerst wieder zurück nach Luzern.